Ich rufe beim Bücher-Bringdienst an. Ich brauche ein... Hallo? Ja, hallo, hier ist Anke. Ja, ich hätte ganz gerne ein Buch. Und zwar ein Buch, das mir beim Einschlafen hilft. Gute Nachtgeschichten. Ja, gute Nachtgeschichten. Das wäre super. Bitte Mega-Express. Oder Mega-Mega-Express, geht das? Also richtig schnell? Ja, super. Vielen Dank. Ja, tschüss. Ding-Dong. Oh, bitte schnell. Hi. Hallo. Haben Sie Mega-Mega-Express bestellt? Ja, ein Buch zum Einschlafen. Hier ist es. Dankeschön. Bitte schön. Okay, los geht's. Fehlt noch was? Na? Lesehelm. Ich brauche keinen Lesehelm. Ja, ich würde es nicht riskieren, weil es kann sein, dass du müde wirst und da da auf den Kopf fällst. Also mit dem Kopf auf den Tisch. Probier mal lieber. Habe ich noch nie gehört, wirklich ein Lesehelm. Ich habe einen Fahrradfahrenhelm, aber nicht zum Lesen. Ich habe mal gehört, dass ein kleiner Junge mit ihm ohne Helm gelesen hat und dann hat er hier vorne einen Beutel gehabt. Nein, im Leben nicht. Ich versuche es einfach mal. Okay. Solange etwas ist, was nicht da ist, kann es nicht alle daran gewinnen. Wenn es da vorbei ist, ist es so rein. Allerdings wird mir näher an den anderen da vor die Verwangenheit. Deswegen ist der Helm gut. Ist ja mal gucken, dass du nicht auf die Stirn willst. Tschüss. Mehr vom Elefanten in der ARD MediaDek. Bis zum nächsten Mal.